Hallo, ich grüße Sie auf meinem Kanal Comtesse und lade in mein virtuelles Studio ein. Ich lade alle kreativen Köpfe ein, die Interesse am schöpferischen Prozess haben. In der aktuellen Serie zeige ich den gesamten Verlauf der Entstehung eines Porträts in Öl, von einer Idee bis zum Endeffekt. Es wird mich freuen, wenn Sie auch mitmalen werden. Dem Modell stehen kann jede von Ihnen gewählte Person. Auch Sie selbst sich porträtieren dürfen. Das notwendige Material wird bei jedem Schritt ausführlich erklärt. Bitte meinen Kanal zu abonnieren, um keine Folge des Porträts in Öl von Comtesse zu verpassen. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, Comtesse! Das war's mir im克服. Ichhole die goin stressing Welt und magnetische Benutzen. Aber das ist auch beingabschied.